Ich finde es einfach nur noch genial, was gerade in Deutschland passiert. Also nicht die gesamte politische Situation, aber dass wirklich durchaus eine Trendwende zu verspüren ist. Jetzt hat man ja, seitdem die Umfragewerte der AfD gestiegen sind, gegen die AfD gehetzt ohne Ende. Dann hat sie in Sonneberg den Landrat gewonnen und es kamen noch mehr Hätze ans Tageslicht. Hetzartikel, Hassartikel ohne Ende bis an den Horizont. Und jetzt hat die AfD die nächste Wahl gewonnen. Und man sieht einfach, dass diese gesamte mediale Kampagne und diese gesamte politische Kampagne gegen die AfD nichts mehr bringt. Davon lassen sich die Menschen einfach nicht mehr beeindrucken, weil sie endgültig die Schnauze voll haben von dem Wahnsinn, der da aktuell stattfindet. Nur eine Woche nach dem Wahlsieg in Sonneberg stellt nun die AfD ihren ersten Bürgermeister in Deutschland. Genau genommen in Sachsen-Anhalt hat die AfD in Ragun Jesnitz den ersten Bürgermeistertitel für sich entscheiden können, wenn man so möchte. Und jetzt ist es glaube ich deutlicher denn je, dass man vor allem in der Regional- und Kommunalpolitik, aber natürlich auch landes- und bundesweit, die AfD nicht mehr ausgrenzen kann. Man wird es natürlich trotzdem weiterhin probieren und man wird weiterhin versuchen sie zu diffamieren, fertig zu machen, in jedem Artikel in ein schlechtes Licht zu rücken, sie in Interviews, in eine Falle zu locken und so weiter und so fort. Aber das wird einfach nicht mehr funktionieren. Und wir schauen uns noch ganz kurz an, wer denn da gerade überhaupt gewonnen hat von der AfD. Ist das wieder so ein böser Rechtsextremist, der am Rand der Gesellschaft steht, so wie man es jetzt versucht hat, den Sonnenberger Wahlsieger zu diffamieren? Ist das jemand, der bei sich zu Hause im Keller sitzt und sich irgendwelche Verschwörungstheorien ausdenkt? Oder ist das vielleicht doch jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und durchaus eine Ahnung hat von dem, was er so sagt und was er so redet? Und jemand, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt? Dreimal dürft ihr raten. Der nächste Bürgermeister von Ragon Jesnitz heißt nämlich Hannes Lott und der gute Mann hat eine Vergangenheit. Und zwar eine Vergangenheit, die man vielleicht bei den Altparteien, als Politiker bei den Altparteien nicht so kennt. Der gute Mann ist und war nämlich in der Privatwirtschaft tätig. Er ist Landwirt und war Betriebsleiter in einem Agrarunternehmen. Auf gut Deutsch, der gute Mann weiß, was es bedeutet zu arbeiten. Der gute Mann weiß, was es bedeutet in der Privatwirtschaft zu arbeiten und Leistung zu zeigen und Leistung zu bringen für das Geld, das man bekommt. Etwas, was man bei den meisten Politikern, wie gesagt, vor allem von den Altparteien sehr missen lässt. Und er hat in seinem Wahlkampf vor allem auf kommunale Themen gesetzt. So möchte er zum Beispiel, oder so hat er jetzt vor, die Wirtschaftsförderung und die Ausstattung der Feuerwehren zu verbessern. Ja, also ab jetzt eine, wie ich vermute, rechtsradikale und rechtsextremistische Forderung oder ein rechtsextremistisches Vorhaben. Ihr werdet es sehen. Morgen steht das so in den Zeitungen. Wer die Feuerwehren unterstützt, der ist rechtsextrem. Der Wahlsieg war etwas weniger eindeutig wie in Sonneberg, aber nichtsdestotrotz hat die Mehrzahl der Wähler, die ihre Stimmen abgegeben haben, sich für den AfD-Kandidaten entschieden. Und soweit ich das auch mitbekommen habe, gibt es auch kein böses Blut zwischen den beiden Kandidaten. Und man wird, so schätze ich das ein, in Zukunft einfach gut kommunal miteinander zusammenarbeiten. So wie man das eigentlich gewohnt ist von den meisten AfD-Politikern. Ich bin also wieder einmal gespannt, was da jetzt noch auf ihn zukommen wird. Wird es hier auch einen sogenannten Demokratie-Check geben? Oder wird man ihn jetzt auch irgendwie framen? Vielleicht hat er bei irgendwie einem rechten Agrarunternehmen gearbeitet? Wer weiß. Oder ich weiß nicht, was man da sonst noch alles so finden könnte. Aber ihr werdet sehen, da wird in den nächsten Tagen mit Sicherheit noch etwas kommen. Ein paar Artikel, die ihn versuchen, in ein schlechtes Licht zu rücken. Aber all das wird nichts bringen. Die AfD ist politisch auf dem Vormarsch. Und jeder, der sie in Zukunft ausgrenzt, ist einfach alles andere als ein Demokrat. Sorry, ist aber einfach so. Und wenn man sich diese Leute hier so ansieht, die hier gerade gewinnen, Menschen, die wie gesagt aus der Privatwirtschaft kommen, dann sollten sich die Altparteien wirklich langsam fest anschnallen. Weil da können sie einfach nicht mithalten. Jetzt würde mich noch von euch interessieren, was sagt ihr zu diesem Wahlsieg? Was sagt ihr, ich meine, zu der Situation aktuell? Denkt ihr, es hat überhaupt noch irgendwelche Auswirkungen, wenn die Medien versuchen, die AfD wirklich auf billigste Art und Weise zu framen? Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch ansonsten wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.